Hallo und wie wir und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Reborn ja ich weiß warum tauchte mein Ding zu auf lol ja hahaha wo ist die Musik von Reborn? ach die hab ich kurz ausgemacht gehabt lol ja kurz Einstellung hier dies das ne kennt er ja kennt er ja so ich hoffe ich bin nicht zu leise wenn ja dann ist es ja nichts Neues seid ihr ja gewohnt weg mit der Maus um ehrlich zu sein habe ich mal wieder überhaupt keinen Plan was gerade ups sorry da es eskaliert gerade es eskaliert gerade so ich musste nämlich Bildschirm wechseln und so ob ich jetzt hoch geht man diese Maus ne so hoch und da was geht hier bin hier um zu helfen kann ich mich hier mal noch ausruhen in diesem Bett hier beispielsweise konnte ich ja mal ja wenn ich denn wüsste wie man ok da hat geklappt perfekt hier oben ist niemand es tut mir leid ich konnte nicht was denn hier ist niemand hier sind die rausgerannt mit der oder was ich kann mich nicht mehr daran erinnern ja schlecht ab in die Küche hallo schön was geht bin da Charlotte bist du verletzt mir gehts gut danke Sis anderes Mädchen nein nein ich bin mein Name ist gut äh der Mann mit dem schwarzen Haaren hat gesagt dass Sigmund zwei von uns gefangen hat es tut mir leid Laura was ist passiert was hat geschehen was passiert was geschehen Laura nein ich konnte nicht der Doktor hat die zwei Zwillinge das ist ok es kann passieren aber was ist mit dir passiert der Doktor er hat sogar versucht mich zu bekämpfen er hat er hat seine Pokémon angegriffen und direkt angegriffen und und einfach so richtig äh geht zur Seite hä ich werde ihn finden ich werde uns die zwei Zwillinge zurückholen und ich werde dem Doktor sein hässliches Gesicht abreißen wow das hört sich nach Spaß an nein ihr bleibt hier Laura ist schon verletzt und ich werde euch nicht auch noch verletzen lassen wie auch immer Shia du kannst mit mir mitkommen äh du hast Charlotte geholfen von Sigmund zu entfliehen das schaffst du nochmal richtig aber erstmal müssen wir jetzt finden wo er hingeht und da müssen wir jeden eliminieren der in unserem Weg ist bist du bereit? ähm eigentlich äh sollten sie nicht so weit weg sein das war Team Meteor oder nicht in dem Schwarzen da ein paar Monate zuvor haben genau dieselben Menschen diese Maschine hier in den Tanzan Mountain gebaut sie sollten also da arbeiten gut dann treffen wir uns am Tanzan Mountain Revenge wird wie Sternschauer so schnell dass sie gar nicht mehr wissen was ihnen passiert äh ähm ich hoffe ich habe jetzt gerade nicht eine Mücke verschluckt hier fliegen die ganze Zeit solche Mücken rum und das kotzt mich an so ich habe gehört nächster Ort Tanzan Mountain ja ich muss mich kurz mit der Steuerung ein bisschen zurechtfinden das ist ja schon wieder ewig her habe ich eigentlich mittlerweile Surfer? eher glaube ich nicht ne? ich habe irgendwie nichts nützliches doch Surfer habe ich aber erstmal in Tanzan Mountain gehen dü 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 und so Rules aussieht bin ich bis jetzt dann auf keinen bokemen getroffen das ist ja geil und da ist wieder shaky shaky oder habe ich Schutz an kann das sein fühlt sich nämlich so an sagt er ich habs ja rausgefordert sagen wir mal ehrlich er bin ich wieder selber dran stolz äh, ja, ich drück doch. Ach so, ja, ich war wieder auf den falschen Knöpfen. Gut, Zahnrad. Hä? Ist Zahnrad wieder zurückentwickelt? Oder war der immer schon so klein? Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin aber doch richtig, oder? Soviel ich weiß, war das das Letzte, was ich aufgenommen habe. Ah, ii, Rock'n'Roller. Dazu kann man dann auch nur sagen, äh, Rock'n'Roller rocks. Und ich verpisse mich. Ich weiß nicht mehr, wie man Pokémon spielt. Also, ich habe ja jetzt vor kurzem erst Pokémon gespielt, aber nicht das Pokémon. Und da bin ich. Hallo? Das muss es sein. Lass uns reingehen. Dragonite! Okay. Reiß es ab! Okay. Das ist, hat ja fast gar keinen Schaden gemacht, Zwinker. Mann, Mann, Mann. Dumm, 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 dumm. Äh. Ach, sind wir jetzt so weit gegangen, dass wir die Leute einfach verkloppen, oder was? Ach, ne, egal. Lustige neue Mechanics. Oh, no, we are not letting you slip back here. Das sagst du jetzt? Aber was sagst du, wenn ich dich verkloppt habe? Croc'n'Roll. Äh, Machinery in the Background. Äh, Mirror Shot. Äh, 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 äh. Da setze ich doch mal einen Flug-Pokémon ein. Ich besitze keinen Flug-Pokémon. Ja, dann Nodjo, der hat Schwebe. Hoffe ich zumindest. Oh, hat er. Schade. Wie wär's mit einer Sludgebaum ins Gesicht? Ja, dass das nicht sehr effektiv ist, ist egal. Hauptsache, er ist erst mal vergiftet. Oh, Foldplay hat aber ganz schön viel abgezogen, muss man dazu sagen. Assurance zieht noch weniger ab, weil es dasselbe Typ Attacke ist. Yeah. Mottim. Das machen wir gegen Mottim. Gegen Mottim holen wir wieder Zahnrad raus. Zahnrad tut echt, ist echt strong. Ich hab gehört, ich kann bis Level 55 trainieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich denke schon. Ich hab, Ding, es ist doch... Achso, ich krieg sogar die Energie vom Feld. Geil. Der Silberwind dürfte mir fast gar nichts abziehen. Sag ich doch. Und Schad spüren, ich krieg wieder, äh, Energie vom Feld. Echt nett. Und mein Special Attack ist auch noch gestiegen. Diese Mücken. Es ist mitten am Tag übrigens. Äh, ich hab nicht aufgepasst. Zollrock. Ja, das war dann nicht so die gute Entscheidung. Da ist dann schon... Quatsch. Was mach ich mit Tranzi? Tranzi wird eher weggegambelt davon. Okay, ich wollte mich sowieso nicht hielen. Äh, Psychic. Zieht kaum was ab, wahrscheinlich. Ja, das war Schwachsinn. Soll ich erstmal wechseln, ey. Dumm, 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 dumm. Aber auf wen? Ja, hier, auf meine Güte. Ich kann momentan nicht richtig spielen, ne? Dann sind wir ehrlich. Oh, bitte nicht. Ah, das ist ja kein, äh, Dingens, aber bitte nicht. War doch instant. Wenn es in dem Last Lock Challenge wäre, hätte ich wahrscheinlich schon x-tausend Mal verloren. Wäre das Spiel schon verurteilen, äh, beendet gewesen. Back, hab ich noch Revives. Ach ja, Revives, es war ja auch was mit meinem Geld, ne? Ja, eins hab ich noch, oh mein Gott. Ja, ich brauch den aber jetzt. Wir haben grad erst mit dieser Runde angefangen. Und Berry-Eiscreme, es soll hoffentlich mal wieder schönes Wetter werden, damit ich neue Berry-Eiscreme kaufen kann. Und das wär schon echt praktisch. Äh. Da komm ich doch gar nicht weiter, dann. Ach, oder, ja, da geht's weiter rein, ey. Ähm, okay. Ach so. Gelb. Äh, blau. Lila. Rot. Blau. Lila. Und da. Was? Warte, hey. Ach so, ich muss dann am Ende da drauf sein. Dein. Äh, dein. Dahin. Ähm, dein. Ja, Leute. Das kann jetzt noch eine Weile dauern. Äh, gehilf. Das ändert sich ja auch ab und zu mal. Ich müsste an das Graue da ran. Blau. Äh, lila. Grün. Grün. Dieses helle Farbe. Dieses grün. Dieses auch. Ach, jetzt ist es wieder gelb und gelb. Und blau. Versteh das Rätsel nicht, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Why? Why? Ja, das ist ein Spaß. Das ist ein dämmlicher Spaß. Gelb. Grau. Das war doch grau. Weiß. Wieder am Anfang. Wow. Warte mal, wenn ich hier... Ach so, das sind die zwei verschiedenen. Einmal muss ich hier zu gelb. Oder zu grau. Okay, ich will pink. Pink an derselben Stelle wieder. Aha. Wenn ich jetzt zurückgehe. Und nochmal auf pink. Ändert sich nichts. Wenn ich dann weiter geradeaus gehe. Dann eins zurück. Geradeaus. Zurück. Geradeaus. Zurück. Na, guck mal. Vielleicht ist das das Pattern. Geradeaus. Zurück. Geradeaus. Zurück. Geradeaus. Zurück. Geradeaus. Zurück. Geradeaus. Zurück. Geradeaus. Ach so, das resetet wahrscheinlich, ne? Wenn wir mal die ganze Zeit nach oben gehen. Und wo es nicht nach oben geht, nach unten. So. So. Aber was? Ich habe das Gefühl, ich hätte einer geschafft. Das ist doch grau. Ja, ich muss da jetzt rüber. Aber wie? Ist ja quasi wieder unmöglich. So. Ja, ich bin immer auf der falschen Seite. Ist das denn wahr? Hey, wie komme ich denn auf die richtige Seite? Gar nicht, oder was? Wollen die nicht. Ja, jetzt bin ich hier. Kann ich hier drauf? Dann bin ich auf dem grauen. Und das ist dann wahrscheinlich falsch. Dann bin ich hier auf dem gelben. Das ist ja dann so, als würde ich da drauf steppen, ne? Ist ja kacke. Ja, also. Ich weiß nicht. Was das soll. Oder ob ich mich irgendwie verarscht fühlen soll. Aber das tue ich. Ich kann aber auch nicht wieder zurück an der Stelle. Lila. Ich jetzt auf graue steppe. Wieder da. Wieder gelb. Dann wieder das. Dann wieder das. Dann wieder das. Wieder das. Dann wieder gelb. Dann nicht wieder da. Und dann runter. Und dann lila. Dann gelb. Grün. Weiß. Grau. Gelb. Gelb. Das da. Diese Farbe. Und dann bin ich wieder da. Ja, Leute. Das ist doch mal wieder ein echt schöner Part. Und ich weiß nicht, wie ich das Rätsel lösen soll. Normalerweise habe ich ungefähr eine Ahnung, was ich vorhabe. Aber so ist das fast unmöglich. So. So. Vielleicht sollte ich mal nicht drauf reinfallen und nicht auf das Graue gehen, sondern hier drauf. Dann das Grün hinnehmen. Dann das Gelbe zurück. Dann das Graue hier. Und dann nützt mir das auch nichts. Ich muss ja quasi auf das andere Graue kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe das schon die ganze Zeit geschafft. Ich hätte einfach nur noch eins nach vorne gehen müssen. Oh mein Gott. Erstes eine Frau mit der pinken Haare. Jetzt du. Okay. Blame mich für das. Also das war richtig unnötig. Dass ich da nicht direkt geschaltet habe, dass ich da nach vorne gehen soll. Ist das Ding halb flug? Nö. Dafür ist meine Special Attack jetzt höher. Crunch dürfte mir fast gar nichts abziehen. Du brauchst auch ein bisschen... Was soll ich davon halten? Dafür habe ich da ein Critical hingelegt. Das ist natürlich endgeil. Und dann kriegt er nochmal ein Charge Beam ins Gesicht. Weil zu Recht. Reicht ja dann. Reicht nicht. Quatsch. Das mache ich. Es war ja klar, dass das nicht reicht. Und nachdem ich das Rätsel so souverän verkackt habe. Und damit euch eure Zeit gestohlen habe. Tut mir auch echt leid. Lunatone. Gegen Lunatone setzen wir diesmal Frogo ein. Der dann direkt einen Wasserattacke einsetzt. Damit wir gar nicht erst zu diesem Moment kommen. Wie es letztens war. Water Shuriken. Boing. 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 Was? Heal Block. Ja, kannst du machen. Währenddessen Water Shuriken gehe ich dich to death. Dann würde ich sagen, beende ich den Part. Weil ich dürfte locker 20 Minuten überschritten haben. Also nach dem Kampf hier. Ach du meine Güte. Water Shuriken. Oh, das zieht gar nicht so viel ab. Vor allem, wenn es nur zweimal trifft. Muss man dazu sagen. Ja, fair. Ja, also bin ich schon wieder begeistert von. Egal, Frogo ist halt tot. Das Spiel, ne. Das ist eine ganz andere Liga als die ganzen anderen Spiele. Das ist alles viel schwerer. Was auch gut so ist. Wenn das nicht schwer wäre, wäre es langweilig. Wer will denn fair? Du bist auch nicht fair. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bleibt sauber. Bis dann. Das war gelogen, Leute. Drei Minuten haben wir noch. Die nutzen wir auch. Oh, und ich glaube, ich habe es gecheckt. Das Graue hatte ich. Ne, jetzt muss ich das Gelbe kriegen. Ja, das ist ja... Wird ja nicht so schwer jetzt. Ach so, jetzt kriege ich die ganze Zeit das Graue. Würde mich eigentlich verarschen. So, so. So, so. Ja, jetzt kriege ich tatsächlich die ganze Zeit das Graue. Das ist ja jetzt schon wieder wie ein schlechter Scherz. Das ist jetzt echt ein schlechter Scherz. Das finde ich auch nicht mehr witzig. Das finde ich hart dreist. Weil die ganze Zeit kriege ich das Gelbe. Und jetzt plötzlich, aus dem Nichts, bin ich nur noch am Dingens. Am Grauen. Und zwar the whole time. Ja, aber jetzt stecke ich schon wieder fast. Diese drei Minuten mit dem Rätsel verbringen, ne? Könnt euch nichts schöneres verstellen. Aber bevor ich das nächste Folge wieder anfange, und dann wieder hier stundenlang rumsitze, machen wir jetzt dieses Rätsel hier noch fertig und beenden dann den Part erst. Also, ich will euch ja nicht zu viel zumuten. Aber das ist schon... Ich finde das schon dreist, ne? So, so, so. So, ich war mehrfach da an dieser Stelle. Ich erinnere mich nämlich. Und jetzt alles am Arsch. Es gibt aber auch kein System dahinter. Aber wenn ich jetzt grau, mich tatsächlich wieder grau. Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Hoch. Runter. Hoch. Runter. Hallo. Ich fühle mich getrollt. Ich bin voll out of sync. mit mir selber. Grau, cool. Wieso kann da nicht gelb sein, hä? Warum kann da nicht gelb sein? Ja, aus den 3 Minuten Verlängerung wurde dann wohl mehr... Ah, geil. Hö, hö. Gate A unlocked. Also rauskommst einem... Normalerweise. So, jetzt ist nämlich hier der Weg frei. Das waren sogar weniger als 3 Minuten. Dann stellen wir uns jetzt hier vor die Tür und nun ist der Part zu Ende. Alles klar. Bis nachher, Leute.